Jo Leute, damit willkommen hier zu einem neuen kurzen Video und heute geht es mal um die Tony Stark Erweckte Herausforderungen, die wir hier ab Level 100 bekommen. Denn hier gibt es ja wieder drei Aufgaben, die wir machen müssen, um das Emote zu bekommen, womit wir hier Iron Man kriegen. Verdammt cool, ich zeige euch euch direkt die erste Aufgabe und zwar fahre als Tony Stark schneller als 88 in einem Whiplash. Wie das Ganze geht, zeige ich euch jetzt. Dafür würde ich sagen, verlieren wir gar keine Zeit und gehen direkt mal in eine Runde. Ich bin hierfür jetzt einfach mal in die Gruppenkeile gegangen, denn auch hier geht die Aufgabe ganz einfach. Ich fliege jetzt für die Aufgabe hier nach Stark Industries. Dort stehen ja die schnellen Autos, die sogenannten Whiplashs und davon werden wir uns gleich eins nehmen. Während ich dorthin fliege, könnt ihr auch gerne ganz kurz mein Abo hier lassen, würde mich sehr freuen. So, hier vorne sehen wir ja schon die roten Autos, die sehr schnellen Autos hier von Iron Man. Davon müssen wir uns einfach eins nehmen und dann schneller als 88 fahren, was relativ leicht geht. Wir sehen ja schon, das lädt sich hier auf mit dem Boost. Das ist jetzt voll aufgeladen. Ich werde jetzt einmal Gas geben und komplett den Boost hin nutzen und jetzt haben wir die Aufgabe fertig. Wir sind über 88 gefahren. Hier sehen wir schon, die Aufgabe ist abgeschlossen. So schnell geht hier die erste Tony Stark weg die Herausforderung. Wie gesagt, geht einfach hier in das Stark Industries, denn hier gibt es ja die ganz schnellen Autos. Die könnt ihr euch hier nehmen und dann einfach mal mit dem Boost hier langfahren. Dann ist hier auch schon die erste Aufgabe abgeschlossen. So einfach geht das Ganze. Das war es auch schon mit diesem ganz kurzen Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis dann und ciao.